Ich sag's dir, Fräulein, wenn du jetzt hier nicht einmal aufräumst und ordentlich machst, dann komm ich dir in 10 Minuten mit dem gelben Sack, pack hier alles zusammen und schmeiß es auf dem Fenster! Sind wir mal ehrlich, alle unsere Mütter haben uns mit diesem gelben Sack gedroht und wir alle hatten Angst. Und da mein erstes Studio so aussieht und das zweite so, müssen wir dringend aufräumen. Ich gebe zu, aufgeräumt sieht das Zimmer wirklich deutlich besser aus und ihr schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wann hat eure Mutter euch zum letzten Mal mit dem gelben Sack gedroht?